Willkommen bei J.K.A.L.O.S.D.S. Also heute sind wir wieder auf Natur. Heute haben wir ein altes, verlassenes Altersheim und Pflegenheim. So, dann gehen wir mit rein. Bleibt dran. So, da kann man rein. Da sieht man, das ist offen. Hier ist so der Vorraum irgendwie. So, dann gehen wir mal rein. Gehen wir da die Treppen hoch. Hier Doppelscheiben sind das. Aber hier wurde auch schon randaliert, leicht. Nee, das ist groß, David. Hier gelb-grün gestrissen. Hier ist es фильм. Also das war hier mal eine Feuerschutztür, hier sieht man es, wenn man das dann umgedreht hat, ist Alarm angegangen. Das sind jetzt die Zimmer jeweils. Ah, das war ein Bad, hier sieht man es schon, zum Duschen, Toilette, Boah, Leitoglas, ey. Die Zimmer sind schon schimmelig, so wie man sehen kann. Das ist der Hof oder der Gartenfonteinen hier. So, wieder nur ein Zimmer, wir gucken mal, wenn wir da vorne hoch können. Hier ist alles kaputt. Ja, die Tür ist auf. Hier hängt auch eine Kamera. Wenn die Tür zu haben, zeige ich euch die. Hier oben sieht man sie. Hier ist doch einer der Kamera, aber hängt in der Falte Richtung gedreht. Da war noch eine Kamera hier oben. Hier ist noch eine Blume und da geht nochmal irgendwie eine Treppe hoch. Es ist alles Altersheim oder es ist auch noch ein Wohnhaus. So. Auch wieder so ein Zimmer hier. Hier der Waschbereich. Bei dem Haus ist aber auch nicht gesehen wie. Bei dem Haus ist aber auch nicht gesehen. Das ist der vollendeste Block, wo wir noch in der Straße gesehen haben. Das ist der vollendeste Block, wo wir noch in der Straße gesehen haben. Da war auch mal eine Kamera da oben in der Ecke. Da sieht man sie schön. Hier ein Sitz, ein Sessel mit Elektro, wo man hoch runter fahren kann. Ah, hier sind auch Betten. Hier sind noch so Betten hier drin. Bette. Und hier noch der Schrank, wo man sich waschen konnte. Hier ist noch außer Anwendung. Hier ist noch relativ ganz. Hier ist gar nichts mehr hier drin. Toiletten. Ein Aufzug hier sogar. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber Strom ist hier nichts mehr. Hier ist noch so ein Nachttischchen. Da haben sie sie kaputt gemacht. Hier steht Bad. Oh ja. Hier ist die alte Bademannung. Und die alte Leute gewaschen worden sind. Hier noch mal ein Waschbecken und ein Pisova und eine Toilette. Da haben sie die Heizkörper sogar abgerissen hier. Und da steht auch noch ein Bett. Und da steht auch noch ein Bett. Und ein Sofa. Und da steht auch noch ein Bett. Das war so elektronisch, das Bett hier. Oh, da ist ein Kleiderschrank drin. Das ist so ein cooles Zimmer. Hier ist auch noch ein Bett und alles. Hier drin. Ein Kleiderschrank. Ein Kleiderschrank. Da sieht man, die Fenster waren mal elektronisch aufgegangen. Ist was drin? Das war bestimmt mal die Küche hier. Und nichts mehr drin. Aber da steht normal volles Wasser. Das sieht man wo. Das Dach ist auch kaputt. Das Dach ist auch kaputt. Wie verfaunt alles ist. Jetzt geht es noch mal runter. Gehen wir mal die Treppe mit dem Teppich herunter. Da steht auch noch ein Bett. Da steht auch noch ein Bett. Mit dem Hilferufknopf. Hier ist das Bett. Und hier ist der Hilferufknopf. Auch noch da. Kann man schön sehen. Hier. 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 Jetzt ist es doch hier. Jetzt noch mal den Keller raus. Hier. Jetzt seht man langsam wird hier auch brandaliert. hier in diesem Haus, hier ist nochmal, Besucher bitte hier klingeln, also das ist der Haupteingang kann, der Raum, auch nichts mehr hier drin, hier der Haupteingang mit Spiegel an der Decke, da will ich jetzt auch nicht so hinlaufen. So, 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 Hier ist die Alarmalage, sehen wir gerade, da steckt sogar der Schlüssel drin. Wenn euch das Video gefallen hat, lässt einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, hier oben den Button drücken. Bis zum nächsten Mal.